So, Nebenmissionen. Untersuche das Yoga-Studio, genau. Das können wir machen. Äh, okay, ich liege hier rum. Na, Moment. Was ist denn im Auto denn? Wo bist du denn? Oh, hier sind ja so viele Zombies, Alter. Na ja, dann werden wir jetzt die beiden sterben. Warum bist du denn gestorben, Alter? Weiß ich nicht. Kannst du dir nicht sagen. Du hättest dich oben in Sicherheit bringen müssen mit den Aprikaden. Du kannst doch nicht draußen Aprikaden gucken. Ja, ich saß da im Auto. Ich war doch in der Garage, da wo du auch drin war. Na, das schaffe ich jetzt aber nicht, weil... Da sind ja viel zu viele. Dann bin ich einfach mal verblüfen. Ah. Muss dich in Sicherheit bringen und dann kannst du auf die Karte gucken. Ist das sowieso... ...zu spät. So, was haben wir hier? So, ich hab nen Wegpunkt gesetzt. Lass uns mal dahin marschieren jetzt. Sind... ...nach 500 Meter. Ja. Wir sind es bis 1000. Bis zu den Dings vom SOSA Studio. Ja, komm wir einfach hinterher. Ja, komm wir einfach hinterher. Beide. Ja. 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 So, das, der hier hoch ist glaube ich falsch, oder? Können aber auch da oben sein. Ja, wie sieht die Treppen oben? Ne, Moment, wo ist der Wegpunkt? Da ist er. Ach, wie kommen wir hier rüber? Das sieht so aus. Da unten müssen wir hin. Genau da unten ist das. Auf der anderen Seite. Wie lange geht das denn jetzt hier noch? Da muss ich erstmal hier oben hoch und mal gucken auf das Map. So. Ne, der hätte abbiegen müssen. Ich versuche das Yoga Studio. Haben wir denn hier noch nicht. Ich versuche den Sicherheitsraum. Mal den Wegpunkt entfernen. Ja. Ja. Hast du jetzt den Wegpunkt auch? Mhm. Den musst du auch genauso haben wie ich. Habe ich nicht. Ich habe da hinten das Yoga Studio. Ja, sag ich dir das jetzt noch einmal. Dann hast du es aber auch drin. So, ich habe den Wegpunkt, der wir jetzt jetzt nicht hinsetzen. Und ersuche den Sicherheitsraum. Da setzt du den Wegpunkt und dann hast du ihn auch. Dann hat er auch noch einen Punkt, der ihr geht mit. Da. Dann lauter. Das war nichts. Dann viktigt να δ coefficienten. Da. Das war eine Sache. Und da. Bist du das? Bist du das? Dann? Da. Dann, ne. Dann, dann. Der ist der Coolste! Der ist der Coolste! Jetzt haben wir wieder eine Sackgasse! Ne, hier müssen wir rechts! Ich glaube ich zumindest hier vor uns, 27 Meter! Links? Hier links? Hier ist gleich eine Link, oder? Ja! Geht's da rein? Ja! Ja! Und was soll das Zeug über Fotos und die Liste? Eine Verschwörung! Verbinde die Punkte! Alles wird klar! Vertrau mir! Die Regierung steckt hinter dem ganzen Zombiescheiß! Was? Mensch, mach die Augen auf! So, sprich mit Kyla! Haben wir abgeschlossen! Alles Übel in der Welt ist Ihre Schuld! Einschließlich der Waschmaschine, die meine... Die Zombies waren die perfekte Ablenkung, um die Beweise zu kriegen! Aber man weiß, dass ich nah dran bin! Sie werden nach mir suchen! Aber sie kennen dich nicht! Willst du ein bisschen im Müll rumwöhlen? Durchsuche den Müll bei den Büros und berichte mir davon! Bei den Büros! So, drei verdächtige Dokumente! Brauche ich aber erstmal Lebensenergie! Ah, hier ist noch eine Statue! 70 Stück gibt's davon! Wo ist denn das überhaupt? Da! Hoffentlich ist der Arsch hier drin, Mann! Wo bist du eigentlich? Bei dem Müll! Ich bin doch hoch da hier den Müll! Ich bin nicht, warum du jetzt nicht bei mir bist! Ja, dass die Mission schneller geht! Können wir uns noch ein bisschen ausfallen? Oder wollen wir lieber zusammenbleiben? Ja, natürlich müssen wir zusammenbleiben, weil das genau hier ist! Oder ist es dir nicht aufgefallen? So, hier ist ein Schlüssel! So! Und jetzt mal eine Pnumpi gewaffe! Der Block ist nötig. So geht's auch, ey. Die sind doch nicht überbewertet. Wo ist der nächste? Der nächste ist weit weg, oder? Kann man jetzt zwei drauf? Nee, ich glaub's nicht. Warte, 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 Moment. Doch, das geht, ein Moment. Jetzt aber, so. Hast du ein Kleid hab ich ja dafür. Fehlt bloß mal ein Bier, ich hol mir jetzt erstmal ein Bier, Alter. Fahr doch weiter dahin. Ein Moment. Alter, ich war doch nicht einmal auf Toilette die ganze Zeit, wo wir heute zusammenspielen und du warst schon so offen, ey. Du hast eine Kompamantflase. 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 Ja, warte, wir haben's geschafft, ey. Ich bin nicht einfach. Ich bin nicht einfach. Beine frei. Beine frei für den Kleid. Superfamilien ist alles. Ich bin nicht einfach. Ach, ey. Absteigen. Absteigen. Oh, hier die Walze, die rollt noch. Na ja, wir sind ja fertig. Oh, ich hab nur Dynamit und diese blöde Chemie-Scheiße, Alter. Wird das Dynamit dem anderen Gamern nachstecken, Alter. So, gibt's hier ne schöne Waffe? Ich brauch unbedingt ne Waffe, Alter. Ja, hier ein Holz-Kante-Holz, Alter. Ich werd ihn mal schön vermöbeln, Alter. Hahaha, ihr Mensch-Schrubber, Alter. Hahaha. Oder hinten ist ein Psycho. Der passt mit mir gemeinsam. Müllwühlerei war nie mein Ding, aber ich habe das hier für dich gefunden. Alter, die Karte. Schau dir mal die Karte an, ey. So detailliert, ey. Dein Arsch ist auch unglaublich. Na los, Mädchen. Spuck's aus. Wer steckt hinter dem Zombie-Ausbruch? Spuck's aus. Ja. Ja. Echte, grüne, froschäugige, großköpfige Aliens. Die Zombies sind die erste Welle. Sie lügen, unterdrücken die Massen und greifen an. Verkaufst du mich? Übertreib mal nicht. Wir haben genug echte Probleme. Schön, lass die Scheuklappen auf. Es gibt eine Verschwörung. Die Beweise mögen weg sein, aber ich finde die Wahrheit woanders. 25.000 pp. Egal. Level ab? Ne, kurz davor, bei mir. Bei mir auch kurz davor. Was für ein Level bist du denn? Ich bin 16. 21. Na, siehste. Wenn das die Zahl ist da oben links. Euer Löscher. Okay, welche markieren wir jetzt? Mach hier am besten du eine. Mamas Yoga Studio ist halt leider oben. Mhm. Wo müssen wir denn hier links rum? Bienen schenken wollen wir mitnehmen. Kommst du? Äh ich hab die Biene reingesangelt. Oh, das geschirrt euch. Oh. Und dieser Bild. Oh, ach, gut, Bühne. wer hat denn sie? boah ok, weiter gehts wir sind hier fernand dran hier ist ja alles frei genau hier ist es schön das brauche ich nicht doch noch ich glaube mit dem Wagen müssten wir da rüberspringen er hat gerade gesagt, wenn wir mit dem Mädels nachlaufen dann könnte ich dem mal was ganz anderes zeigen runter, Aschersicht sein großer Schwanz, alter wenn wir mit dem Mädels nachlaufen dann könnte ich dem mal ganz was anderes zeigen fetter Lamborghini, alter Galliano den habe ich wohl noch nie hier gesehen glaube ich zumindest ich auch nicht, da steht sogar hinten Lamborghini drauf, alter hier ist ein Psycho, ey ne, da steht Reus oder oder Poistagini, keine Ahnung irgendwas also hier müssen wir auf jeden Fall rein na gut, ich freue mich ja und hmmm 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 schlechter bauen bauen hä kombi bauen jürzer hmmm hmmm wow wow so ein Ding, alter schön dick Einkaufsstraße, wenn da einer einen Koran verteilt okay, ich nehme mal wieder sowas hier so, komm hier rein, ey in der Nähe in der Nähe befindet sich ein Lautsprecher in der Nähe befindet sich ein Lautsprecher wenn die Neger hochkommen wollen, alter, dann mach sie platt, alter in der Nähe befindet sich ein Lautsprecher hier das Ding, oder was? sag nur Thüringer Heimatschutz, alter Heimatschutz Thüringer Heimatschutz, ja wow wow das brauchst du für ein Psycho, also lass mal zu dem Psycho hier helfen ich glaub wir müssen noch mal höher, eins höher höher höher, ja weißt du was ich mir heute Abend noch höher hole, du haha Tanzverbot hat gesagt, äh holst dich sechsmal am Tag einen runter ja er ist mitzügt dich er war zu geil in seinem Mercedes, alter ja, genau das meine ich Gott, du bist unglaublich, Jerry ja, irgendwie passt das gerade ja, hey, alter was hast du gesagt? haha was alter ich bin Jerry mit zwei I und ich werde mir meine verdiente Miss Gigantic California Trophäe holen nicht und nie stellst dich mir den Weg okay, lass du, der Wettbewerb wurde wahrscheinlich abgesagt wegen dieses, dieses zombieausbruchs Gott siehst du toll aus weißt du das? du Siegertipp also, du bist in der Tat gigantisch, alter ah, nicht alter, eine lady nein, du wirst mich nicht schlagen ich bin Miss Gigantic California ja oh 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 du hast gesagt, du schaffst das schon ich steh'n die Muskeln so ich steh'n die gleich was anderes hier ich pack' noch ein schönes und nasser Liga aus boah dynamit du sagst dynamit gleich geht's hoch jawoll doch wieder her ist dynamit hier ich hab' noch einmal dynamit alter, das Messer ist mega, au schade äh, schnellen Angriff oh, hier ist ein Lebensenergie geil, den schaffen wir guck mal, da schwingt du mit schnellen Angriff guck mal, da schwingt du mit schnellen Angriff au geile Muke, alter au ich hau' dir aufs Maul oh, so schnell kann ich kaum stricken so schnell kann ich kaum stricken hat die auch zwei Leben die hat zwei Leben, alter jetzt gibt's bloß schon zweite Runde hier ist noch mehr Lebensenergie hier ist noch mehr Lebensenergie boah 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 die ist schwerfällig, das ist ihre Schwäche die ist schwerfällig, das ist ihre Schwäche die ist schwerfällig, das ist ihre Schwäche du hast es nicht drauf schlafen die ist aber wir haben genug Lebensenergie hier in der Ecke ist ganz viel in der Ecke boah ein Wasserkühler greif sie doch an wenn ich Handschuhe jetzt ist doch die beste Möglichkeit wenn ich am Boden bin dann musst du sie angreifen ach sie platt jetzt ach sie platt jetzt boah ah die ist dauernd gleich jawoll boah du bist würdig du bist einmalig du verdienst Glück ja genau boah 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 30.000 pp level up zwei Attributpunkte ja eine halbe Zeit habe ich auch schon wieder ja ich auch so zwei Punkte ähm ah ne was ist denn das ne das nicht ein Inventarplatz mehr bist du froh mich zu sehen oder hast du bloß mehr im Inventar boah ach also ich glaube ich warte nochmal ein Level dann habe ich vier Attributpunkte dann habe ich Leben fast komplett aufgepusht dann habe ich noch einen Lebenswürfel mehr und überlebende erholen sich wieder hochmütig mit Gaben gerade als Ohren geschafft toll ähm meine lieben Freunde ich drehe mal kurz auf Toilette und dann zocken wir noch ein bisschen genau ein Moment ein Moment dann machen wir hier kurz einen Break und sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge ciao oder auch gleich je nachdem wie der schnell passt hm ciao so und da sind wir auch schon wieder zwei Punkte haben wir noch die Frage ist halt investieren wir das da oben oder nicht hm hm bist du wieder da jo wunderbar ah die ganze Hantelstange kann man mitnehmen Langhantel aber alter mir fehlen jetzt noch zwei Punkte dann habe ich fast alles in Leben reingepusht letzte Stufe kann man erst machen wenn man Level 50 ist da sind wir noch weit entfernt ey ok wollen wir noch ein Zombie machen eher ein Psycho machen na klar geil so hier ist nämlich noch einer der rote hier jetzt sind wir doch gerade so schön im Flow genau so siehts aus Kisten Teddybären was ist das hier so ich muss mal gucken Legende das sind die Psychos mhm sehe ich ja momentan nicht die roten denn das sind Überlebenstraining wir müssen noch so viele Psychos haben und ich dabei Anzeige verbergen eine Nebenmission Mission haben wir noch untersuche die Dächer das ist glaube ich gar nicht so weit weg weißt du was geil wäre wenn man so eine Kettensäge bauen könnte weißt du hundertprozentig kann man die bauen mir fehlt bloß dass wir die ganzen Psychos jetzt nicht sehen auf der Karte die ganzen Nebenmissionen wir hatten doch viel mehr Nebenmissionen wir sind die pro Kapitel immer nur anscheinend ja das wäre natürlich ein Nachteil denn hätten wir das von Anfang an so machen müssen ok dann nehmen wir das hier noch dann brauchen wir das mit den Zahnrädern was machen wir jetzt untersuche die Dächer Familie und Behaglichkeit ja ja so ich zeig das mal an auf der Karte Wegpunkt boah wo ist das denn hast du die Markierung auch da mitten im schwarzen in dem schwarzen ne da hinten ist die Nebenmission also wir sind jetzt weiter Richtung Norden und dann irgendwie nach links ich weiß nicht was sind denn diese Sterne eigentlich noch Sterne sind kannst du doch bei der Legende gucken das sind Überlebenstraining ah ok zombie verseuchte sichere Zone ach ne nach Norden kommen wir gar nicht wir müssen nicht runter auf die Autobahn wieder ja aber wenn wir jetzt wir sind hier dann können wir ja auch gleich ach ne das ist ja wieder Dielgo Dielgo töten das schaffen wir ja nicht hier ist doch schon so glaube ich weiß wo wir hin müssen jetzt hier mal ein Bildpunkt hier so und dann kommen wir mal hinterher das sind nur 100 Meter mal Tür auf mal an aber im Bauplan lag jetzt hier nicht boah tief gefallen ey wo die Handel ist gut die langen Handel alter die hat Zug ey und dann wirst du uns Spreng doch hoch da aber der kam mit dem Teil du nicht die langen Handel ist zu schwer der kann nicht so hoch springen ey Das geht jetzt nicht hoch, nehm ich lieber die lange Handel weg und nehm den Vorschlägen an. Oh shit. Ja, wir müssen auf jeden Fall auf die Autobahn erstmal wieder. Nein, nein, nein. Ach so, auf die Autobahn, ja. Ne. Ja, normal schon. Ich hab eine Markierung gesetzt. Ich weiß ja, wo ich lang muss. Das ist nur 60 Meter. Komm hier hinterher. Hier hinter ist das. Immer hinter mir nach hier. Ich bin hier genau richtig. Ich bin schon da. Ah, Mann, ich bin hoch. Ne, das wird so nix. Hier rüber. Kommst du da rüber? Nein. Doch. Ja, wir wollen doch zu diesen... Doch, hier ist der Stern. Überlebenskönig. Ach, da willst du hin und los. Erledige innerhalb eines Zeitlimits. Bist du bei mir? Komm mal zu mir jetzt. Müssen wir 30 Kills machen, 50 oder 100. Da rein. Ist bei dem Schulhof, oder? Ja, hier hinter. Genau hier. So, ich starte das jetzt, ja? Ja, mach. So, jetzt kill. Ich kill bis gehen. Oh, das gibt ne gute Funkszahl mit dem Auto jetzt hier. Perfekt, Alter. Ich mach 30 zu kurz. Ach, tötet Zombies mit Schusswaffen, steht aber hier. Passt ja alle über den Haufen. Nee. Kann man vergessen, hier steht. Tötet Zombies mit Schusswaffen. Nicht klopfen. Wir haben keine Schusswaffen. So, ich bring mir die Funkszahl. Ja. Hier geschlagen. Ja, wir brauchen Schusswaffen. Ach so, das geht nur mit Schusswaffen. Ja. Oh, wir fahren zu daneben. Ihr habt ne Nagelpistole, hier ist ne Schusswaffe. Hier ist ne Nagelpistole. Dann holt ihr auch ne Schusswaffe. Wo soll ich die jetzt herbekommen? Hast du keine, oder was? Nein. Ich hab doch, hier liegt doch eine. Erstmal nehm ich jetzt. Ich hab ne Schusswaffe, weil das ist ne Nagelpistole. Hier müsste noch eine für dich sein. Na, weil wir nicht zum nächsten Punkt gehen. Ja, dann steig ich jetzt bei dir ein. Oh, zu früh. Na, super. Boah. Mist. Mist. 1 Komm, wir haben einen guten Lambo-Genie. Lammbooooooooow. Lammbooooooow. Is hier ductuck.